Möge auch diese Andacht, die wir gleich lesen, euch allen zum Segen sein. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und grüße möglicherweise auch neue Freunde, die vielleicht das erste Mal reinklicken, wie man so schön sagt, und klickt nicht so schnell wieder aus, sondern bleibt dran und lasst die Andacht insgesamt auf euch wirken. Ich kann mir vorstellen, dass ihr hinterher vielleicht sagt, es hat mir geholfen. Das jedenfalls ist mein Gebet, auch für die Andacht heute. Es geht nämlich um den sogenannten zweifachen Anteil. Wir werden gleich sehen, welcher Anteil gemeint ist. Wir finden das in 2. Könige 2, Vers 9. Er bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach, möchte mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben werden. Als Elias Zeit gekommen war, in den Himmel aufgenommen zu werden, überquerte er mit seinem Schüler Elisa den Jordan und fragte ihn, was er sich denn von seinem scheidenden Herrn noch wünsche. Der antwortete frei heraus, möchte mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben werden. Wollte der junge Mann zweimal so bedeutend wie der große Elia werden? Wollte er seinen Meister zweifach übertreffen? Ganz gewiss nicht. Er wollte viel mehr in aller Demut sagen, dass er doppelt so viel Kraft braucht wie sein Meister Elia, um dessen gewaltigen Dienst auch nur in etwa fortsetzen zu können. Mit seiner Bitte wollte er dem Mann Gottes sagen, Meister, ich bin bereit, deine Nachfolger anzutreten. Aber ich kann deine Schuhe nicht ausfüllen. Es sei denn, ich erhalte eine Doppelportion an geistlicher Hilfe. Und als der feurige Wagen mit den feurigen Rossen samt Elia im wettergen Himmel fuhr, zerriss Elisa in Beugung seine Kleider und nahm den Mantel auf, der Elia beim Aufstieg entfallen war. Sollte der zurückgebliebene Schüler diesen bedeutungsvollen Mantel nun aufnehmen oder nicht? Denn er symbolisierte das prophetische Amt. Sollte Elisa es tatsächlich wagen, das Gewand des gesalbten Mannes nun selber anzulegen? Werde ich das Gewicht, für das dieser Mantel steht, auch wirklich tragen können? Soll ich tatsächlich diese Rolle übernehmen? Eine schwere Entscheidung. Die junge Schüler hätte weglaufen können. Aber er tat es nicht, sondern er hob den Mantel auf. Er sagte Ja zu Gottes Auftrag. Das war kein Akt von Arroganz, sondern eine Haltung der Weihe und Hingabe. Er war bereit, die Last zu übernehmen, die das Prophetenamt mit sich bringt. Er war willig, wie sein großer Lehrer vor ihm. Verachtung, Verfolgung, Einsamkeit und Leiden, um seines Gottes Willen zu erdulden. Und wie ist es mit uns? Es ist nicht Elias Gewand, das wir aufnehmen sollen, sondern es ist das Kreuz, das uns Christus nach seiner Himmelfahrt hier gelassen hat. Nehmt auf euch mein Kreuz. Entscheide dich. Willst du es aufnehmen und Jesus nachfolgen? Bist du bereit, in Demut anzunehmen, was er dir aufträgt, sein Kreuz zu tragen? Du magst dich zu schwach fühlen, in größeren Fußtapfen zu gehen. Aber wenn du täglich das Kreuz aufnimmst, das Jesus dir lässt, dann sei gewiss, auch du wirst einen doppelten Anteil an Geisteskraft empfangen und den dir bestimmten Dienst mit Freude tun. Ich möchte für solche Menschen heute beten, die eine schwere Aufgabe und eine schwere Last in ihrem Leben zu tragen haben und oft sich fragen, soll ich das überhaupt tun? Und du möchtest davonlaufen. Das Kreuz ist dir zu schwer, aber Gott in Jesus Christus hat es dir gegeben und er wird dir, mein Freund, die doppelte Kraft schenken, das doppelte Maß des Heiligen Geistes, dass du die Last tragen kannst, in der du stehst. Der Herr wird mit dir sein. Vater im Himmel, ich bete für solche Menschen, denen ihre Last zu schwer geworden ist, denen das Kreuz, das sie tragen, ihnen nicht tragbar zu sein scheint. Komm ihnen zur Hilfe durch ein doppeltes Maß deines Heiligen Geistes. Amen.